Sie hadern sozusagen ein bisschen mit dieser deutschen moralischen Überheblichkeit. Sie haben an anderer Stelle mal gesagt, wir haben im Moment keinen guten Ruf in Europa. Wir gehen den anderen ziemlich auf den Wecker, weil wir ihnen ständig erklären, wie sie gefälligst zu sein haben, wie sie zu leben haben. Übersetzt könnte man sagen, wir sind schon Weltmeister, aber halt nur in Doppelmoral. Ja, und vor allen Dingen, wir halten uns ja selber nicht an das, was wir anderen. Wir machen selber Alleingänge. Wir haben ja etwa in Bezug auf Osteuropa, wenn Sie an unsere Energieabhängigkeit von Russland denken, das haben wir gegen alle anderen Europäer gemacht. Das fand ich einen ziemlich schweren Fehler. Nord Stream 2 haben Sie. Nord Stream 2, Nord Stream 1 war wahrscheinlich schon nicht besonders gut, aber Nord Stream 2 war nun ein ganz schwerer Fehler gegen die anderen Europäer.